Es sind unsichere Zeiten momentan an den Börsen. Die Kurse, die schwanken sehr stark. Patrick Kesselhut von der Société Générale. Greifen denn die Anleger jetzt wieder bei Gold zu, als vermeintlich sicherer Hafen? Sollte man meinen. Aktuell ist Gold aber nicht ganz so stark gefragt wie in früheren Zeiten. Das liegt einfach daran, dass der Dollar recht stark geworden ist, was dann Gold eben verteuert für alle Anleger, die nicht dollarbasiert investieren. Und die Grundlage davon ist, dass die FED Äußerung getätigt hat, dass sie möglicherweise doch früher mit der lockeren Geldpolitik aufhören könnte oder zumindest zurückfahren könnte. Und dann auch vielleicht früher die Zinsen erhöhen könnte, als ursprünglich vom Markt angenommen. Weil sie davon ausgeht, dass die Inflation sich möglicherweise doch nicht so schnell wieder beruhigt, wie das noch vor einigen Monaten oder Wochen der Fall war. Besteht denn die Chance, dass der Dollar vielleicht doch sich abschwächen könnte und damit eben Gold wieder attraktiver wird? Das dürfte wirklich daran liegen, was jetzt mit der Inflation tatsächlich passiert. Wenn die Inflation sich doch wieder schnell beruhigt und absinkt, dann würden auch die Erwartungen wieder weiter in die Zukunft geschoben werden für die nächste Zins- oder für die erste Zinserhöhung. Das dürfte dann dem Dollar sozusagen wieder zur Schwäche verhelfen, möchte man sagen, und dann auch den Goldpreis dann tatsächlich wieder stützen. Aber das hängt ja wirklich von den Erwartungen ab, was jetzt dann tatsächlich passiert und was die Anleger dann darüber denken, was mit den Zinsen passiert. Wie sind denn Ihre Erwartungen für die kommenden Wochen und Monate? Es bleibt wirklich spannend. Man muss gucken, die Inflation ist jetzt schon relativ lange hoch. Man hatte gedacht, sie kommt relativ schnell auch wieder runter. Das tut sie bisher nicht. Es bleibt also wirklich abzuwarten, was hier tatsächlich geschieht. Natürlich schwierig, sich darauf einzustellen, wenn man jetzt eher einen mittelfristigen Fokus hat. Aber kurzfristig kann man natürlich auch reagieren und auch beispielsweise ja auch Short gehen auf den Goldpreis, wenn man der Meinung ist, dass Gold doch noch ein Stückchen schwächer werden dürfte. Denn der technische Trend sieht nicht ganz so gut aus. Das zeigt tatsächlich momentan eher nach unten. Und da kann man sich natürlich auch mit strukturierten Produkten dafür aufstellen und auch hier sozusagen Gewinne einfahren, auch wenn der Goldpreis zum Beispiel fällt. Wie sieht denn da wirklich eine Strategie aus? Denn auf fallende Preise zu setzen, da trauen sich häufig Anleger nicht so wirklich ran. Aber wie könnte denn eine Möglichkeit aussehen? Es gibt da Produkte, die nennen sich Short- oder Put-Produkte. Das sind einfach Produkte, die davon profitieren, wenn ein Basiswert, das kann Gold sein, da gibt es aber auch auf sämtliche andere Basiswerte, einfach schwächer wird. Das Ganze kann man mit Turbooptionsscheinen machen. Die besitzen eine Knockout-Barriere. Bei dessen erreichen sozusagen der Schwelle von unten nach oben beim Shortfall dann aber auch eine Wertlosigkeit eintritt. Das heißt, ein Totalverlust droht, wenn die Schwelle relativ nah am aktuellen Kurs von Gold dran ist. Man kann die auch weiter weglegen, dann hat man mehr sozusagen Risikopuffer, aber ist auch nicht so ganz aggressiv dann investiert. Und es gibt noch eine zweite Möglichkeit, die Standardoptionsscheine, die viele vielleicht auch schon kennen. Das sind die klassischen Hebelinstrumente, die es schon auch ein Stückchen länger gibt. Da ist die Preisbildung aber ein Stückchen komplexer, aber dafür besitzen sie keine Knockout-Schwelle. Was bedeutet das denn, nicht so aggressiv oder aggressiv investieren? Wo findet ein Anleger diese Knockout-Schwelle? Inwieweit muss er von der Rendite aus zurückstecken, um mehr Sicherheit zu haben? Also grundsätzlich immer zu erwähnen, dass diesen Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko, den kann letztlich niemand wirklich aufheben. Der ist einfach da. Das heißt, möchte ich mehr Rendite-Möglichkeit haben, muss ich auch stärker ins Risiko gehen. Und bei diesen strukturierten Produkten ist das Schöne, man kann sich dasselbe aussuchen, wie viel Risiko man akzeptieren möchte oder wie viele Chancen man im Gegenzug haben möchte. Und beim Fall des Turbo-Options-Scheins ist es so, dass man die Barriere wirklich wählen kann. Sagen wir, Gold notiert aktuell bei 1700 US-Dollar. Dann kann man sagen, ich gehe auf fallende Kurse und meine Knockout-Schwelle lege ich bei 1900 US-Dollar hin. Und wenn eben die 1900 Dollar erreicht oder überschritten werden, ist eben dann der vorherige oder der zeitige Knockout tatsächlich da. Das heißt, das Produkt verfällt vorzeitig, geht wie erwartet der Goldpreis nach unten. Dann profitiere ich stark oder gehebelt eben, also stärker am Goldpreis. Und je nachdem, wo ich diese Schwelle wegwähle, habe ich eben mehr Risiko. Also wenn ich die Schwelle über 2000 lege, habe ich mehr Puffer, bis sie erreicht werden kann. Aber die Produkte sind dann auch nicht mehr so hoch gehebelt. Das heißt, der Hebel geht ein Stück weit verloren und sozusagen meine Ertragsmöglichkeiten sinken auch dann dadurch. Was machen Anleger denn, wenn die Strategie nicht aufgeht und man kommt doch näher und näher an diese Knockout-Schwelle ran? Können die dann verkaufen? Die können natürlich jederzeit das Produkt auch wieder verkaufen. Das heißt, diese Produkte sind ja handelbar, letztlich von 8 bis 22 Uhr bei dem Emittenten. Man muss beim Gold aber darauf achten, das ist ein Basiswert, der global rund um die Uhr gehandelt wird. Das heißt, da kann ein Knockout auch tatsächlich nachts eintreten, während die Märkte hier in Europa, Deutschland geschlossen haben. Das heißt, diese Produkte können tatsächlich auch nachts ausknocken. Man ist sozusagen dort dann nicht in der Lage eben zu verkaufen und ist am nächsten Morgen, wird man dann sozusagen aus der Position mit einem Zehntelzent oder teilweise auch noch mit größeren Beträgen, die dann irgendwie so eine Restzahlung sind, ausgebucht. Das kann passieren. Man kann das Ganze umgehen, indem man eben Produkte nimmt, die keine Knockout-Schwelle haben, wie Standardoptionsscheine. Diese können nicht ausknocken, aber wie gesagt, die Preisbildung ist hier etwas komplexer. Man muss auf die Volatilität beispielsweise achten. Da ist aber auch zu zu sagen, dass aktuell die Volatilitäten generell eher gering sind beim Gold, weil es sich eben nicht so stark bewegt, keinen großen Kurseinbruch hinter sich hatte, zumindest keinen rapiden. Deshalb sind diese Absicherungsinstrumente oder Short-Instrumente relativ günstig zu haben aktuell, was ein weiterer Vorteil ist eben und dann für Standardoptionsscheine auch spricht. Und die sind günstiger, diese Strategie, als jetzt auf die Turbos zu setzen? Die ist möglicherweise günstig, aber am Ende hängt es davon ab, wie viel Prozent der Anleger seines gesamten Depotvolumens für diesen Trade ausgeben möchte oder für diese Absicherung. Das kann man ja auch als Absicherung kaufen. Wenn man Gold physisch hat, kann man ja eben sich auch gegen Short, gegen Kursverluste mit diesen Produkten absichern. Beides ist möglich. Da muss wirklich jeder dann schauen, wie viel Geld möchte er einsetzen. Und diese Position sollte man natürlich gut überwachen und auch natürlich nicht einfach laufen lassen, sondern den Goldpreis regelmäßig beobachten, um im Zweifel dann auch reagieren zu können und zu verkaufen. Sie sagten schon, man kann auch über Nacht ja ausgenockt werden. Mit welchen Risiken müssen Anleger denn umgehen? Und für wen ist so eine Strategie dann tatsächlich etwas? Für diejenigen, die sich schon besser auskennen? Oder können auch die, die nicht so viel Erfahrung haben, wirklich einfach mal versuchen, mit einem größeren Sicherheitspuffer sich daran zu trauen? Man kann natürlich das Letztgenannte auch machen, mit einem großen Puffer erstmal ein Produkt kaufen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sowas funktioniert. Es gibt aber auch beispielsweise Börsenspiele, wie den Trader 2021, der gerade läuft. Da kann man diese Produkte mit sozusagen Spielgeld einfach mal kaufen, im Depot halten und gucken, was passiert, wie schnell sich diese Produkte dann bewegen. Im echten Leben ist es natürlich so, mit echtem Geld handelt man ein Stückchen weit anders. Das ist natürlich klar. Da muss man einfach wirklich schauen, wie viel Risiko möchte ich denn tatsächlich eingehen? Ich muss natürlich das Knockout-Risiko, wie schon angesprochen, im Hinterkopf behalten, aber auch das Emittenten-Risiko, weil es eben strukturierte Produkte, sprich letztlich Anleihen sind oder ähnlich wie Anleihen. Also hier das Ausfallrisiko auch vom Emittenten beachten. Und da kann man sich eben rantrauen. Aber grundsätzlich sollte man sich natürlich auskennen mit diesen Produkten. Denn, was ich nicht verstehe, muss ich auch nicht unbedingt handeln. Also erstmal damit beschäftigen. Dafür halten wir aber auch eine Vielzahl an Informationen bereit, halten Webinare ab zu diesem Thema, zur Schulung, um sich hier selber auch bilden zu können. Vielleicht zum Schluss nochmal, warum ist Gold generell so beliebt bei Anlegern? Das ist wahrscheinlich der alte Glanz. Das ist einfach ein Stückchen Tradition und ist halt einfach der sichere Hafen schlechthin, den es sozusagen schon seit der Römerzeit und davor wahrscheinlich auch schon gab. Also sehr, sehr lange einfach in den Köpfen der Leute drinnen. Und ist natürlich in diesen Zeiten, wo letztlich zinsloses Umfeld ist, interessant, weil es keine sozusagen Verluste gibt, keine Zinsverluste. Gold als zinslose Anlage wirft ja keinen Ertrag ab. Das macht es entsprechend attraktiv. Und wir sehen es ja auch an den Kursen, die schon seit vielen Jahren eigentlich steigen. Natürlich in der letzten Zeit jetzt etwas zurückkommen. Aber wenn man sich langfristig den Goldschart anschaut, sieht man ja auch schon hier, wo die Reise schon hingeht insgesamt. Ganz herzlichen Dank, Patrick Hesselhut von Societe Generale. Ja, Gold ist in den Köpfen der Leute drinnen. Und es gibt viele Strategien, um eben Gold für Investments einzusetzen. Ganz herzlichen Dank nochmal. Und auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Schön, wie immer, dass Sie dabei waren. Schön. 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 Untertitelung des ZDF, 2020